Willkommen hier zu Splatoon 2 Online. Wir haben in den Leuten vorhin ja Standardkampf gemacht. Ja, und sind jetzt Tupel 10. Nun mal weiter mit Erster. Ja, Rangkampf ist nun verfügbar. Ja, ich bin auf der D-Rang, weil ich gerade erst anfange. 16.30 Uhr ist aktuell gerade hier. Heute hier am Sonntag, den 20. Mai. So, 10 Minus bin ich aktuell. Ja, weil ich gerade erst. Freigeschaltet habe. Und nun spielen wir Herrschaft. Ich habe mir den Flexkonzentrator genommen, weil der was besser ist. Herrschaft, erobere... Oh ne, nicht Herrschaft, ich weiß nicht. Ich habe noch einen Muskelkamp. Oh, okay. Oh, okay. Was? Nein! Come on! Gewonnen! War auch so einfach. Und? Sieg mal, sind alle gerade disconnected? Kann das sein? Wenn ja, dann habe ich einen Riss. Sie sind nicht alle so disconnected. Bitte nicht. Puh, zum Riss sind keine disconnected. Wenn die Verhandlung nur in der Regel, sollte irgendeiner während des Kampfes disconnected haben wir einen Riss. Ja. Einen Riss im Spiel. Einen Riss an der Tafel. Wenn man zwei oder drei Risse hat, dann sind wir eine Stufe runter. Heißt dann, wenn ich C- habe, dann gehst du zu Rang C. Ja. Es tut auch ein Beitrieb. Ja. Aber wenn ich Rang A bin und einen Riss habe, dann bin ich bei B-. Ja. So wird es ablaufen. Aber so habe ich es erfahren, dass es so ablaufen wird. So. Danke. Okay, das kann ein bisschen dauern. So. Das kann ein bisschen dauern. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Nein! Seht ihr jetzt einmal entfernt? Hallo! Ja! War klar! Was bedeutet? Runterwärts! Ja! Puh! Die meinen wir es echt lang! Nicht so einfach! Ja! Gut am Wechsel, grüß mal meine! Dann komm' mal aus dem Baum raus, suche mir einen neuen und das bedeutet für mich ... Wunderwärts oder Disconnect? Ne, passiert nichts, glaub ich ja! Wir haben gar keinen Krist bekommen? Sekunde mal, du ... Ach, so, man kann anpassen und weiterkämpfen, so. anpassen. Und wenn man einen Rang bekommt, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man eine Modi, wie es denn hier bei Herse hat, wenn wir Musikars haben, sind wir weiterhin bei Rang C-, ja. Sollte ich hier Rang B haben, Rang C haben, dann sind wir bei Musikars wieder C-, ja, weil die Modus sind dann unterschiedlich, was wir haben. So, mal bekommen ganz viel Geld, wow. So, und nun probieren wir mal mit dem Splatter, ob wir Sachen da, was ist, bekommen. was wir dann? Oh. Ja, weil ich den dela nicht schaden kann, ist ein bisschen zu tun, ob wir nicht so sprechen, was wir dann gar nicht so suchen. Also, wir schauen uns mal, was wir wissen, ob ich komme aus demnachracter, ob wir nicht so sprechen. Oh, was wir? Oh! Oh! Nicht so! Nicht so! Wir haben sie wieder verloren! War klar! Ja! Boah, wieso dieser Herrschaft? Können wir auch mal einen anderen Modi haben? Danke! Vorstunde exaktivist... Mist! Würd aber länger dran! Führung mal mit Disconnect? Nee, boah, ich dachte mir, wir haben ja Disconnect. Ich habe kurz den Splatling genommen. Ich hoffe, der passt. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe auch noch Vorhaben. Ähm, doch, einer Disconnect. Ich bin gerade zu dritt. Alter, der Splatling ist so... Ja? Ich bin gerade zu der Hand. Das war's für heute. Wow! 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 von der Seite von vorne was war das? nein wir haben verloren ja war klar wir haben verloren ich weiß nicht, wir nehmen diesmal den Quasto ja damit haben wir ja gut wir werden jetzt den Quasto und dann mal mit dem das machen ja, aber mit dem 0 Punkte ja na toll so habe ich gelesen, einfach sind früher aus dem Metpickern so und passen und weiter so wie du nimmst den Quasto wirklich sind alles disconnected weil ich finde keine finde ich keine wie viel ist gerade doch puh man bis der Reinkampf macht ich mich sauer ja ja so Leonardo der Quasto ist ich habe also schon 1 ... 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 Wow, 86. Alter, Mist. Probable faster. Ja, genau. Die haben so gute Waffen. Alter. Oh, klingt gut. Weil er hat er noch mit 200 Zeichen gektsckt. Ähm, die Waffen sind damals gewappt, ja. Aber im Quaster kommen die nicht nur weit. Das ist mein Syriker. Ich kann glaube Syriker werden. 0 Punkte und ich bin immer noch 10 Minus. Und der erste Riss. Wir haben eine Idee wie wärs. Erster Riss im Spiel. Klasse. Wenn ich den zweiten Riss auch noch riskiere, dann ist er sowieso wieder auf 0. Hallo, ich muss wieder siegen. Der zweite Riss bedeutet dann... Wie viele Risse gibt es da? 3. 3. Was haben sie für Waffen? 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 2. 2. 2. 3. Ja, mach so! Warte! Oh, ja, stimmt ja. Hat er hier netter war? Oh man, das ist so spannend. Oh, ja. Ja, okay. Das war's für heute. Wow! Wow! Yes! Komm schon! Oh, come on! Nein! Wir hätten fast gewonnen. Nein! Das ist doch... Oh! 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 Ich sehe, ich komme gar nicht voran. Wir haben sie wieder verloren! Oh! Weißt du was? Wir sehen uns mal in der nächsten Folge. Ich glaube, Rang kann... Oh! Mit mir glaube ich noch mehr frusten. Ja! Ich hoffe mal, dass morgen ein anderer Modi kommt. Weil Herrschaft... Ich hoffe, ihr ist nicht mein. Nein! Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Also, tschau! Ja!